Wir sind so froh, dass ihr da seid. Etwas stimmt nicht mit unserer Stromversorgung. Es passierte genau dann, als der lila Zeppelin über die Stadt geflogen ist. Die Stadtbewohner waren so erschrocken über den Stromausfall. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir müssen allen helfen. Ein bisschen Strom ist wieder da, aber nicht der ganze Strom. Und ein paar Straßenlaternen sind kaputt gegangen und müssen repariert werden. Bürgermeister Besserwisser hat hier ein ganz schönes Chaos angerichtet. Die Bürger von Wellenburg brauchen eure Hilfe, Fellfreunde. Untersuchen wir zuerst einmal diesen sonderbaren Stromausfall. Das sieht aus wie eine der kaputten Straßenlaternen. Sky, benutze deine Flügel, um hochzufliegen und sie zu reparieren. Los geht's! Das ist ein neues Kostüm! Juhu! Wähle einen! Sky! Ich bin der Fluchhund! Gut gemacht! Gut gemacht, Sky! Sucht weiter nach Lampen, die repariert werden müssen, Fellfreunde. Die Fellfreunde legen los! Da ist noch eine, die du reparieren musst, Sky. Ich bin der Fluchhund! Ich bin der Flughund! Gut gemacht! Super! Sucht nach weiteren Lampen zum Reparieren, Paw Patrol. Die letzte, Sky, benutze deine Flügel für diesen Einsatz. Ich bin der Flughund! Gut gemacht! Alles klar! Jetzt ist Bellenburg voll erleuchtet! Es ist wunderschön! Gut gemacht, Fellfreunde! Ich wusste, dass ihr das schafft! Einsatz beendet! Wow! Ein neues Henrietta-Kunstwerk! Was ist das? Ist das ein Handy auf einem Baum? Jemand muss es verloren haben! Holen wir es demjenigen zurück! Sky, benutze deinen Haken, um das Handy zu holen! Los geht's! Ha, mit dran! Gut gemacht! Oh nein! Das Handy fällt gleich runter! Chase, fang es mit deinem Netz auf! Wähler... Chase! ...Hab dich! Gut gemacht! Puh! Das war ganz schön knapp! Gut gemacht, Chase! Guck mal! Das ist Onkel Herberts Handy! Bringen wir es ihm zurück! Okay! Oh, ihr habt mein Handy gefunden! Danke, Paw Patrol! Gut gemacht! Der Stromausfall hat mich so erschreckt, dass mir das Handy aus der Hand gerutscht! Und dabei bin ich extra auf Erzreise mitgekommen, um mich zu entspannen! Fellfreunde, das kann kein Zufall sein! Der Strom ist ausgefallen, als Bürgermeister Besserwisser herkam! Wir sollten untersuchen, was den ganzen Strom verbraucht! Einsatz beendet! Die Bürger von Bellenburg sagen, am Kraftwerk passiert etwas Merkwürdiges! Seltsame Hutmaschinen saugen der Stadt den Strom weg! Bestimmt steckt Bürgermeister Besserwisser dahinter! Wir müssen herausfinden, warum! Paw Patrol? Ihr müsst schnell zum Kraftwerk und untersuchen, was da passiert! Los geht's! Gut gemacht! Guck mal! Diese Maschinen verbrauchen Bellenburgs ganzen Strom! Sind das... Hüte? Chase, benutze die Winde an deinem Fahrzeug, um diese Maschinen abzuschalten! Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet! Kommt mit! Gut gemacht! Du kommst mit! Gut gemacht! Toll gemacht, Chase! Rubble, ich glaube, wir brauchen jetzt deinen Haken! Benutze ihn, um auch die restlichen Maschinen vom Kraftwerk abzuziehen! Oh ja! Hast du Probleme? Ruf einfach Rubble an! Wähle ein... Rubble! Haken! Leg los! Gut gemacht! Ich hab mich um alle Maschinen gekümmert, Ryder! Sehr gut! Jetzt fließt der ganze Strom wieder nach Bellenburg! Einsatz beendet, Paw Patrol! Verflickst! Meine Maschinen bekommen keinen Strom mehr aus der Stadt! Was soll's? Wir haben, was wir brauchen, meine Kätzchen! Diese ganze Energie ist der letzte Teil meines Plans! Bald haben wir alles, was wir brauchen! Und dieses Mal kann die Paw Patrol mich nicht aufhalten! Moment, wo ist Katzen Sky? Und wo ist meine aufgeladene Batterie? Einsatz beendet! Paw Patrol, ihr müsst mir helfen! Ich habe mein königliches Juwel verloren! Ich wollte gerade über die Brücke zurück zum Schloss, da fiel der Strom aus! Bei dem Chaos muss ich es fallen gelassen haben und es ist in die Bucht gefallen! Oh nein! Und außerdem komme ich nicht ins Schloss! Jemand hat mich ausgesperrt! Ich wette, das hängt mit dem seltsamen Zeppelin zusammen, der über der Stadt schwebt! Wir müssen der Prinzessin helfen, ihr verschwundenes Juwel zu finden! Sky, flieg über die Bucht, um nach dem verschwundenen Juwel zu suchen! Ich bin bereit für die Rettung! Los geht's! Wähle einen! Sky! 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 gemacht. Ich sehe es. Da liegt etwas Glänzendes unten im Wasser. Versuche zu tauchen, um das Juwel zu bergen, Zuma. Wähle einen Fett. Marschel. Wähle einen Fett. Zuma. Ab ins Wasser. Gut gemacht. Ein bisschen nass, aber wir haben das Juwel zurück. Kehre schnell zurück zur Prinzessin und überbringe ihr die gute Nachricht. Wähle einen Rocky. Das ist ein neues Kostüm. Juhu. Du meine Güte, ihr habt mein Juwel gefunden. Danke, Paw Patrol. Gut gemacht. Aber gern geschehen, Prinzessin. Einsatz beendet. Das ist ein neues Kostüm. Ich brauche euch. Henrietta und ich haben uns Eds Ausflug nach Bellenburg angeschlossen. Wir haben gerade die Stadt bewundert, als die Lichter ausgingen. Meine geliebte Henrietta war so erschrocken, dass sie in die Dunkelheit weggelaufen ist. Wirklich? Schon wieder? Die arme Henrietta. Sie könnte am Strand sein. Alle Pfoten halten zusammen. Dieser Sandhaufen sieht verdächtig aus. Everest, versuche du etwas zu finden. Los geht's. Wähler. Tröten. Everest. Bei Schnee und Eis, ich bin bereit für den Einsatz. Gut gemacht. Was? Das ist eine aufblasbare Henrietta. Da ist noch ein verdächtiger Sandhaufen. Auf geht's, Everest. Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten. Bei Schnee und Eis, ich bin bereit für den Einsatz. Gut gemacht. Noch eine aufblasbare Henrietta. Wer hat die alle am Strand vergraben? Henrietta muss irgendwo in der Nähe sein. Versuche es weiter, Everest. Bei Schnee und Eis, ich bin bereit für den Einsatz. Gut gemacht. Oh nein. Noch eine aufblasbare Henrietta. Sie kann nicht weit weg sein. Da drüben ist noch ein Sandhaufen. Rubble, benutze deine Schaufel, um zu graben. Wir... Rubble! Schaufel los! Gut gemacht. Endlich haben wir dich gefunden. Bist du nicht froh, aus dem Sand herauszukommen, Henrietta? Jetzt bringen wir dich zurück zu Bürgermeisterin Gutherz, Henrietta. Everest, nimm sie mit. Wähle ein... Everest! Ich liebe Rettungsaktion. Oh, da bist du ja endlich, mein Schnuckelhuhn. Bitte, bitte, bitte. Jetzt aber für den Rest des Abenteuers nicht mehr weglaufen. Einsatz beendet. Jetzt, wo wir alle Probleme der Bürger gelöst haben... Lasst uns rausfinden, was Bürgermeister Besserwisser als nächstes plant. Fragt die Bürger von Wellenburg, ob sie etwas Seltsames gesehen haben. Los geht's! Hallo, Fellfreund! Gut gemacht! Hallo! Hast du während des Stromausfalls etwas Seltsames gesehen? Vor dem Stromausfall kann ich mich nur an eins erinnern. Ich habe ein paar Katzen in der Stadt herumlaufen sehen. Sie wirkten sehr beschäftigt. Alles klar, fragen wir weiter. Hey! Gut gemacht! Hallo, haben Sie etwas über den seltsamen Zeppelin am Himmel gehört? Ich habe eine sehr laute Durchsage über ein Katzenfest gehört. Jedenfalls, Feste sind nichts für mich. Ich bleibe lieber zu Hause, lege die Füße hoch und lese ein gutes Buch. Was ist los? Gut gemacht! Hallo, haben Sie hier Katzen gesehen? Vor dem Stromausfall habe ich eine Katze in der Nähe des Kraftwerks gesehen. Sie hatte etwas Seltsames bei sich. Ich glaube, es war eine Batterie. Ich fand es ein bisschen komisch. Aber nicht so komisch wie das Straußkuscheltier im königlichen Zoo. Ermittelt weiter, Fellfreunde, ihr seid auf der richtigen Spur. Wir suchen nach einer Katze mit einer Batterie. Haben Sie so etwas gesehen? Ja, natürlich, es war unglaublich. Gerade eben ist hier eine Katze mit einer riesigen Batterie herumgelaufen. Sie schien es eilig zu haben, zum Uhrenturm zu gelangen. Vielleicht war sie spät dran für eine wichtige Verabredung? Fellfreunde, das ist ein wichtiger Hinweis. Dank der Bürger von Bellenburg sind wir Bürgermeister Besserwisser auf der Spur. Einsatz beendet. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Okay, Paw Patrol. Wir wissen, dass eins der Kätzchen zuletzt in der Nähe des Uhrentwurms gesehen wurde. Seht euch um, ob ihr eine Spur des Kätzchens findet. Los geht's! Gut gemacht! Da sind ein paar staubige Katzenspuren. Das Kätzchen muss durch ein sehr altes Gebäude gelaufen sein. Das können wir nicht so lassen. Marshall, benutze deine Wasserdüsen, um hier sauber zu machen. Wähler! Marshall! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Brauchst du Wasser? Gut gemacht! Hier sind noch mehr Pfotenspuren. Marshall, benutze nochmal deine Wasserdüsen, um hier sauber zu machen. Ich ziehe in meinem Chaos-Kätzchentag in der Nachbarstadt. Das originalste, ganz krasseste Fest der Welt. Nein, das ist nie ganz so. Brauchst du Wasser? Gut gemacht! Da vorn sehe ich noch mehr staubige Spuren. Gut gemacht! Du bist dran, Marshall. Benutze deine Wasserdüsen und spüle sie weg. Brauchst du Wasser? Gut gemacht! Die letzten Katzenspuren führen in diese Richtung. Verfolgen wir sie weiter, Fellfreunde. Gut gemacht! Tolle Detektivarbeit, Fellfreunde. Ihr habt die Spur des Kätzchens entdeckt. Sobald wir sie gefunden haben, können wir rausfinden, was Bürgermeister Besserwisser mit dem Strom von Bellenburg vorhat. Einsatz beendet! Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Die Katzenspur führt in diesen Stadtteil. Hier führt die Katz... Los geht's! Gut gemacht! Das muss die Stelle sein! Skye, benutze deine Flügel, um nach dem Kätzchen zu suchen. Wähle ein... Everest! Skye! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Ich hab das Kätzchen gefunden! Es ist da drüben und trägt eine riesige Batterie. Vielleicht wollen sie die Batterie für Bürgermeister Besserwissers Zeppelin verwenden. Aber warum? Gut gemacht, Skye! Folgt dem Kätzchen, Fellfreunde! Wo ist das Kätzchen? Ich werd sie finden, Ryder! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Es läuft weg! Bleib dran! Wo hat sich das Kätzchen versteckt? Hat es jemand gesehen? Suche aus der Luft nach ihnen, Skye! Wähle einen Fellfreund! Alles klar! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht Das Kätzchen ist aber schnell Kommt schon, Fellfreunde Ein letzter Versuch Das Kätzchen hat uns ganz bis nach Bellenburg geführt Und sieh mal Da ist Bürgermeister Besserwissers Zeppelin Ich wette, er hat etwas vor mit dieser Batterie Einsatz beendet Wow, ein neues Henrietta-Kunstwerk Ja, ein neues Henrietta-Kunstwerk Okay, Paw Patrol Der Zeppelin des Bürgermeisters ist über dem Schlossgelände gelandet Er benutzt es als Ausgangspunkt Deshalb hat er die Prinzessin ausgesperrt Wir müssen hinein und das letzte Festplakat retten Die Tür ist versperrt Tracker, versuche ihn mit deinem Multifunktionswerkzeug zu öffnen Los geht's Wähle einen Fellfreund Tracker Mmh, toll Gut gemacht Das Tor ist frei, aber es geht immer noch nicht auf Hey, hier sind ein paar Hebel Vielleicht öffnen sie das Schlosstor Aber sie sehen kaputt aus Rubble, versuche die Hebel mit deinem Presslufthammer zu reparieren Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen Drücke diese Taste Dann gut gemacht Dieser Hebel funktioniert wieder So Rocky, betätige den Hebel mit deinem Greifer Lasst uns dieses Tor öffnen Wählen wir das aus Gut gemacht Es funktioniert Das Tor geht auf Dort ist noch ein Hebel Fellfreunde, ihr wisst, was zu tun ist Wählen wir das aus Gut gemacht Ja, das Tor ist aufgegangen Gut gemacht, Fellfreunde Jetzt ist der Weg frei Bürgermeister Besserwisser kann nirgendwo anders hin Holen wir das Festplakat zurück Und retten den Tag Einsatz beendet Du hast einen neuen Wähle einen Fellfreund Fellfreunde Oh ja Seht mal, Paw Patrol Wow Was ist mit dem Zeppelin passiert? Das ist eine riesige glitzernde Batterie All den Strom abzuzapfen, um einen Zeppelin aufzuladen, war eine geniale Idee Auf so etwas kann auch nur ein Genie wie ich kommen Jetzt kann nichts mehr schief gehen Fertigmachen zum Abflug, Kätzchen Das Fest kann beginnen Er hat seinen Zeppelin aufgeladen Und jetzt ist er noch lauter und nerviger als vorher Paw Patrol Wir müssen den Bürgermeister aufhalten Los geht's Gut gemacht Ich glaube, der Zeppelin verbraucht viel Strom aus der Batterie Sky, benutze deine Flügel und finde heraus, wie wir die Batterie ausschalten können Ich bin startklar, Ryder Sky Ich hab dich erwischt Gut gemacht Die Batterie ist zu groß Sie klemmt Was macht ihr denn, Paw Patrol? Mein Fest wird das Beste Ihr werdet schon sehen Kätzchen voller Kraft voraus Ryder Der Zeppelin des Bürgermeisters gerät außer Kontrolle Wir müssen ihnen helfen Schnell hinter dem Zeppelin her, Fellfreunde Wähle einen Fellfreund Ich bin nicht zurückgezogen, Schnellbein Ich bin lieber Wir müssen sich ein bisschen vertrauen Schnellbein Ich bin nicht Ich bin nicht Wähle einen Fellfreund. Oh ja. Gut gemacht. Der Zeppelin bewegt sich ganz komisch. Das muss an der überladenen Batterie liegen. Kann der Zeppelin so viel Strom verkraften? Sky, versuche die Batterie zu entfernen, bevor es zu spät ist. Ich werde meinen Saugnapf benutzen. Ich habe dich erwischt. Gut gemacht. Oh, oh, da stimmt etwas nicht, Kätzchen. Jeder kann kommen und sich amüsieren beim Chaos-Kätzchen-Tag in der Nachbarstadt. Das originellste, ganz krasseste Fest der Welt. Nein, das Universum. Oh, ich verliere die Kontrolle. Hilfe! Jetzt müssen wir das Fest und Bürgermeister Besserwisser retten. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Hochleistungsbatterie war zu stark für den Bürgermeister Zeppelin. Und jetzt ist es völlig außer Kontrolle. Ei, ei, ei. Sieh mal, das letzte Festplakat ist aus dem Zeppelin gefallen. Schnell, runter vom Schloss. Wähle einen Fellfreund. Oh, ja. Gut gemacht. Das Süßes oder Saures Plakat ist wieder auf dem Fest zu sehen. Benutze dieses Plakat auf dem Fest, um den Einsatz Süßes oder Saures zu spielen. Gut gemacht, Paw Patrol. Ihr habt alle Plakate wiedergefunden und das Fest kann weitergehen. Aber unser Einsatz ist noch nicht zu Ende. Wir müssen Bürgermeister Besserwisser und die Kätzchen aus dem außer Kontrolle geratenen Zeppelin retten. Ja, sie brauchen unsere Hilfe. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Zeppelin scheint auf die Abenteuerbucht zuzusteuern. Auf geht's zum Paw Patroller und zurück zur Abenteuerbucht. Der Zeppelin scheint auf die Abenteuerbucht zu sehen. Gut gemacht. Auf zur Abenteuerbucht. Einsatz beendet. Untertitelung des ZDF, 2020